Viel Spaß bei Resident Evil 3. Auf Standard wünschen. Viel, viel Spaß. Let's go. Raccoon City, eine Industrie-Metropole im mittleren Westen. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Die Empfehlung der Mops, die durch die Stadt legen Brände. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Unrechnungen. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren, mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella haben. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Resident Evil Die... Resident Evil Die... Ich bin auch gespannt auf meinen Run. Ich weiß gar nicht. Spielt es der dritte Teil eigentlich vor dem zweiten Teil? War da nicht irgendwie sowas, dass der da vorspielt? Ich glaube, beim zweiten Teil hatten schon viele gesagt, beim dritten Teil ein paar Sachen aufgeklärt werden. Dementsprechend würde es sich ja anbieten, ne? Ich habe teilweise damals, als ich kleiner Junge war, habe ich beim Kumpel über die Schulter geguckt. Aber wirklich eher so lückenhaft. Also eher nein. Eher nein. Eher nein. Also ich weiß, da gibt es ein Nemesis. Ich habe auch die Filme gesehen. Aber ansonsten war es das auch schon. Nemi. Ach, du hast schon einen Spitznamen für ihn. Du hast also schon einen Spitznamen für ihn. I see. Ist das jetzt die ganze Zeit First Person? Alter, das ist heftiger Regen. Guck mal an. Das ist nicht nur so ein bisschen. Machen wir mal zu hier. Holy shit. Wow. Ey, das ist ja... Das ist nicht nur so ein bisschen Fizzlregen. Das ist richtig heftig. Warum hast du denn eigentlich noch einen Ventilator an? Draußen dürfte es doch kalt sein. Ja, top-notch Fernseher. Aber das spielt hier auch zu einer Zeit so 1998 so rum. If I'm not totally mistaken. Original Colors. Cute that pops. I see. Ja, das war damals Mode, Freunde. Ist da Bescheid. Das war einfach damals Mode. Ja, noch ein paar Klamotten. Läuft. Würde ich sagen. Er läuft. Was haben wir hier noch schönes? Hier werden wir bestimmt irgendwas zum Lesen haben, oder? Something? Anything? Nothing? Wobei ist ja auch recht dunkel hier. Oh Gott. Fängt schon gut an. Ich erschrecke mich vom Schatten, Freunde. Ich erschrecke mich einfach vom eigenen Schatten. Ach ja, warum läuft hier das Wasser? Ich muss gleich auf Klo, weil ich das... Oh, Toast. Nice. Guckt euch das mal an. Oh, da wackeln sogar die Brüste. Ich hab ein neues Hobby. Guckt mal, da wackeln sogar die Brüste. Kann ich auch springen? Nee. Ja. Also, Freunde. Ich wünsche euch schon mal ganz, ganz viel Spaß, ja. Ja, es scheint die Jill Valentine zu sein, oder? Hat auch ihre Waffe. Da kommt auch mal Wasser aus. Ja, das ist Verschwendung, Freunde. Das ist Verschwendung. So geht's ja nicht. So geht's nicht. Ach, sag mal ehrlich, ich würde es trotzdem nehmen. Sag mal ehrlich. Oh Gott. Okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen krass. Ist das schon infiziert? Na ja, Hauptsache Puls. Nein. Bang, bang. Okay, das Spiel ist schon vorbei. Ja, ging's schnell? Nein, Mann, Spaß. Alles gut, wenn du beruhigst, dich. Es scheint nur Nive-Kram zu sein. Ja, das sagen Frauen in der Beziehung mit mir auch. Wird jede Nacht schlimmer. It happens. It happens. Dann kann mich diese Stadt malen. Noch drei Tage. Also, wir sind im September. Am Ende September können wir scheinbar aus Raccoon City raus. Irgendwann, das dürfte RC dafür stehen. Worst month in my life. Ja, wir machen erstmal Licht an. Let's make some light. Jill. Jills Bericht. So wohl, ja. 26. September 1998. Habe ich ja gesagt. Wobei, sind wir ja im September. Sind wir jetzt ja gerade drin. Das heißt, in der Theorie haben wir den Bericht gestern geschrieben. Richtig? Wenn auch das Ja stimmt. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits zwei Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als Stars-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das T-Virus ist von diesem Virus-Infizierten, nee, die von diesem Virus-Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person durch die, durch die Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Ars gefressen haben. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine aerogene Übertragung, also durch die Luft wahrscheinlich, nicht ausgeschlossen werden. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich, abgesehen von ein paar Schlafproblemen, in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht zu hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte dies nur eine verlängerte Inkubation sein. Ja, also quasi Ansteckungszeit. Ja, schön. Ha, also die Jill scheint ja dann ein Starsmitglied zu sein. Ich glaube, bei den Filmen war die einfach nur Journalistin oder so ein Shit, ne? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Notizen zu Ermittlungen. Umbrella. Pharmakonzern, höchster Marktanteil der Branche. Verstärkte Entwicklung von militärischen Waffen unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung. Zudem geheime Entwicklung lebender Biowaffen. T-Virus-Ausbruch in Arklay Forschungseinrichtung. Fand noch vor dem Villain-Zwischenfall statt. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City. Große Spenden an Bürgermeister Warren. Oh, Warren. Kennen wir nicht Warren? Den Namen auch von Detroit bekommen Human. Da war doch irgendwie die Präsidentin. Hieß doch auch Warren. Kontrollieren praktisch die Stadt. Okay. 98, boah. Ist das lange her. Ja, schon eine Weile, ne? Schon eine Weile. Offener Umschlag. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Iron's Manor? Umbrellas? Ich weiß es nicht. Und es macht auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Und es funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch. Fühle mich wie eine lebende Tote. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde oder was immer die auch mit Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts ja rausgebracht in fünf Tagen. Wünsche mir Glück. Okay. Mensch! Das scheint ja ein super Leben zu sein. Oh, Pizza. Ist das Salami-Pizza, ne? Nebenbei noch Suppe. Noch so viel... Das ist aber so typisch Frau, ja? Männer essen nicht nur eine Pizza, die essen teilweise sogar zwei. Frauen so bei der Hälfte so. Oh ja, ich kann nicht mehr. Ich glaube, das ist ein großer Grund, warum sich Männer Freundinnen zulegen. Einfach damit sie die Hälfte von ihrem Essen auch noch essen können. Vielleicht noch ein, zwei andere Gründe. Aber das ist ein total anderes Thema. Das ist ein total anderes Thema. So, was haben wir hier noch stehen? Schönes Brief von einem Kollegen. Angel Valentine. Hey du Ass, wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Irons dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Der sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Natürlich wirst du das nachforschen und Fragen stellen. Äh, da nachforschen und nachfragen stellen. Ach stimmt, sie war ja beim ersten Teil mit dabei. Mit Chris Redfield, ne? Sie war ja beim ersten Teil. War sie ja in diesem, in dieser Mansion, wo es ja auch noch unten drunter was gab. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung über, alles ist so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City. Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird nicht tatlos zusehen, wenn du versuchst, ihre Geschäfte kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Vickers. Stars Alpha Team. Für immer und ewig. PS musste diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Ah, Salami Supreme. Mh, hört sich gut an. Hört sich sehr gut an. Finger weg von meiner Pizza. Bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. Ja, Bierflaschen haben wir auch noch. Ich glaube, ihre Spülmaschine ist auch kaputt. Nee, ich glaube tatsächlich, sie hat sogar gar keine. Naja, ist da bescheid. So, was haben wir hier Schönes drinnen? Sind das so Schoko... Schokoknochen, die ich da in der Mitte sehe. Bakery Bread. Alter, voll das geile Zeug da, ne? Also, wenn die nur das ist, was wir hier so sehen, dann müssen die doch auseinander gehen, bis zum geht nicht mehr. Oder, oder die trainiert einfach nur heftig, deftig. Dürft schon wieder was haben. Mach mal an, ja. Okay, wir sind scheinbar noch kein Zombie-Freunde. Not yet. Not yet. Aber wir sehen schön aus, oder? Hat was. Hat was. Ne, richtig hübsche ist das. Ne, richtig hübsche, Freunde. 28. September, 20.07. Raccoon City. So, jetzt haben wir auch die Third-Person-Sicht, Freunde. Wer kann das sein? Ja, das frage ich mich auch. Wer kann das sein? Ich gehe lieber einfach raus. Okay, dann war mal, ich gehe nicht raus. Kann ich auch rennen? Nee, ich kann auch nicht rennen, Freunde. Ich kann gerade nur ein bisschen. Hä, ist das Fenster hier noch offen, ne? Ne, das hier? Hä? Sie sind doch bei der Zoo. Und wo kommt denn jetzt die da? Ach so, der Wind kommt hier von. Wow, guck dir das mal an. Bewegt er sich? Guck mal hier. Ventilator. Geht hier rüber. Und dann wackeln die. Genial, oder? Oh, sie kennen wir doch aus dem zweiten Teil. Sie kennen wir doch aus dem zweiten Teil. Okay, ich gehe ran, Freunde. Es nervt mich genauso wie euch. Also bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. Hallo? Jill, geht's dir gut? Es sind die kleinen Details, vollkommen richtig. Du musst sofort raus da. Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären. Du musst da raus. Sofort. Okay, lass mich meine... Voll. Voll hysterisch. Aber ich kann's verstehen gerade. Ähm... Au. Wow. Boah, stell dich mal vor, ihr steht gerade auf und dann müsst ihr noch so sportlich aktiv werden, weil irgend so ein Heidi euch hinterher macht und euch töten möchte. Also da wäre ich schon ein bisschen pisst, oder? Machst du jetzt hinterher, oder kann ich erstmal hier so ein bisschen gucken? Hab ich schon... Ich hab noch nicht mein Inventar, Freunde. Ich hab gerade noch nicht mein Inventar. Hä? Excuse me? Hey, wir... Komm, wir gehen raus. Oh, hello! Halt dich fest, Jung! Halt dich fest! Halt... Halt dich! Ähm. Also ihr habt alle gesehen, ich wollte... Ich wollte da jetzt helfen, ja? Boah, da hab ich gar keine Lust runter zu gehen. Das ist mir zu viel Gewusel. Oder? Holy shit, ist das viel Gewus... Oh, no. Da will man gar nicht da runter. Naja, ich geh dann mal weiter. Holy shit, Superheldenlandung. Naja, nicht ganz. Hentai-Action! Oh Gott. Geht schon super los. Oh, geil. Oh, nice. Habt ihr Screenshots gemacht, Freunde? Und neben Boutet? Okay, schnell laufen, Freunde. Schnell laufen. Weg hier. Oh, la... Okay, ist zu. Können wir nur ein bisschen die Blumen... Die Blumen wertschätzen hier. Sieht schöner aus, riecht gut. Also neben den ganzen gleichen Geruch und... Verbranntgeruch und alles mögliche. Alter, was hier wahrscheinlich für einen Schaden entstanden sein muss. Jung, lass mich doch in Ruhe! Alter, wie stark der ist! Oh Gott! Oh Gott! Muuuuh! Jetzt warte ich schneller, Jill! Das ist genug Drama! Lauf! Oh! Oh! Oh, halbe Haus-Apiristin. Das läuft. Das läuft. Alter! Holy shit! Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Wenn ich so... Wenn ich so begrüßt werden würde, kurz nach dem Aufstehen... Ich wäre ganz bisschen... Ganz bisschen wäre ich... Hi! Ganz bisschen wäre ich pisst. Ich wäre ganz bisschen pisst. Ich denke mal, ihr auch. Oh! Wine, Beer, Liquor Store. Da möchte ich jetzt rein. Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Können wir nicht kurz einmal hier rein? Ich bin viel mutiger mit Alkohol. Guck ich's mal an. Wein, Wein. Beer on Sale sogar. Zwölfer Pack. Kann ich hier überhaupt schon was looten? Oder ist das gerade gänzlich doof, weil ich noch nicht mal das Inventar aufmachen kann? Vor allem, ich bin noch so total neben mir, hab ich das Gefühl, ne? Ich bin so... Work it, girl. Yeah. Jill, lauf dem Schmerz einfach weg. Lauf ihn einfach weg. Was gibt's hier noch Schönes? Coffeeshop. Ja, wär auch in Ordnung. Free delivery. Even better. Die fliegen hier recht tief. Oh, ich kann so leid spritten. Speed. Cinema. Na, Bock auf Kino, Freunde? Bock auf Kino? Aber ich kann jetzt rennen. Ich kann jetzt rennen, das ist gut. Also wir kommen langsam wieder so ein bisschen klar. Oh. Die können nur noch klettern. Alter, was ist das denn für Überzombies? Excuse me? Oh ja, schnell weg. Tschüss. You want a piece of me? You gotta work, bitch. Oh Gott, ich bin weg. Tschüss. Das gute Messer. Oh no. Geh. Ja, ich glaub, der ist, ich glaub, der ist fucked. Oder? Ich will noch gucken, wie der... Shit. Ich wollt noch gucken, wie der aufgesnackt wird. No. Oh oh. Seitengress. Wir warten jetzt einfach hier, ja? Hier sind wir gerade safe. Wir warten jetzt einfach hier. Wir sitzen das jetzt aus. Irgendwann. Keine Ahnung. Ich sag mir nur, nein, das tut ihm... Ja, das ist halt echt so, ne? Wer den zweiten Teil gespielt hat, der weiß, die Messer nutzen sich ab. Ich brauch die auf, auf Masse. Alter, Dude. Da kannst du aber so heftig knicken. Ich laufe jetzt einfach weiter, ja? Als ob ich jetzt Munizur an dir verschwende. Ne, 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 ne. Tutorial hin oder her. Oh Gott. Okay, vielleicht doch. Kann ich... Kann ich hier durch? Okay. Und Christian auch hier. Wunderschön. Guten Guten Morgen. Und... Alter, bleib doch jetzt da drinne. Hallo. Anschnallen. Und das als Hüter des Gesetzes, ja? Ich bitte dich. Oh Gott, die kommen alle rausgekrabbelt. Äh, Dude. Klingt nach dem Deal. Machen wir. Ich werde beobachten, Freunde. Big Brother is watching me. Ey, du. Bleib zurück. Komm ja nicht näher. Los, kommen Sie. Da ist ein Helikopter, der Sie in Sicherheit dringt. Dude. Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Hä? Küsschen. Küsschen. Alter, what the fuck? Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Rosso. Tja, sicher. Du willst doch nur mein Versteck für dich. Such woanders, Fräulein. 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 Der nennt mich Fräulein? Okay, er darf das. Spielst du Resident Evil 5 auch irgendwann? Jetzt lassen Sie uns erstmal Fehler nochmal machen, ja? Bitte beruhigen Sie sich. Everything is just fine. Ey, jetzt mal ganz im Ernst, ja? Wenn ihr jetzt der Typ gewesen wärt. Ich hätte sie doch reingelassen. Willst du dich bitte abregen? Ich bin von der Polizei. Wir wollen Ihnen helfen. Yeah. Oh ja, das hat ihr ganz toll gemacht. Du willst helfen? Kannst dir einen der Freaks an Schellen anlegen. Excuse me? Sir, das ist Ihre letzte Chance. Niemand sonst kommt sie holen. Ich gehe nirgendwo hin. Lieber verhungere ich hier drin, als von einem dieser Untoten hier fressen zu werden. Wird eventuell ein paar Tage dauern. Ich glaube, vorher wird er verduchsen. Ich würde echt nicht mitkommen, ne? Ey, Dude. Ich hätte dich nochmal irgendwie als Zombiefutter nutzen können. Okay, fuck it. Das Thema ist, man muss in der Zombie-Apokalopse nicht schnell sein. Man muss bloß schneller sein als die anderen. That's all. Ja, alle, die schon mal Walking Dead gesehen haben, zweite Staffel, die wissen, was ich meine. Ja, ihr müsst nicht schnell sein. Ihr müsst bloß schneller sein als die anderen. That's all. Wenn du auf deinem Kanal dann willkommen. Oh Gott. Fühl dich wie zu Hause. Aber lass die Hose an. Na, von mir ist halt auch die Hose an. Äh, alles. Kein Thema. Alles cool. Also Hunde haben wir hier auch schon wieder. Suppi. Das wird ja lustig. Oh no. Freunde, manchmal sind so Horror-Games und Horror-Filme echt obvious, ne? Jetzt werkt mich wahrscheinlich dann durchzwängen und dann kommt irgendeiner und greift mich da. Oder das fällt runter oder sonst. Ah, fuck it, ey. Come on. Ja, come on. Gib's mir. Gib's mir richtig doggy. Come on. Ja, ich wusste. Hi. Gott. Weg da. Die Sache. Wow. Jetzt hat er einfach keinen Bock mehr. Jetzt hat er einfach keinen Bock mehr. Aber sofort bin ich Fan von dir. Sehr schön. Sehr schön. Ja, hallo. Läuft bei dem, würde ich sagen. Läuft bei dem. Haben wir noch irgendwas zum Looten? Nö. Hab ich jetzt... Ah, mittlerweile hab ich Inventar. Sehr schön. Das heißt, ab jetzt müssten wir auch schauen, dass wir vielleicht irgendwie müssen was looten. Ich meine, grad hat man auch schon die Pistol-Money. Holy shit. Ähm, excuse me. Höh. Oh, 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 oh. Das war geil, oder? Oh, das liebe ich. Das liebe ich jetzt schon, Freunde. Schnell weg. Schnell weg. Weg, 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 weg. Lauf, 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 lauf. Das war geil, oder? Ja, später im Game, okay. Okay. Ja, wir sind ja grad noch am Anfang. Das ist ja grad wahrscheinlich noch ein Tutorial. Von wegen so, hey, Mensch, mit WASD kannst du bewegen. I don't know. Something like that. Als ob der es hört. Holy shit. Okay. Das ist aber schon heftig geil gemacht, ne? Das ist schon, das hätte ich schon heftig geil gemacht, Freunde. Muss man ganz ehrlich sagen, das haben wir echt auch. Guts hat's gemacht. Alter, die muss doch schon alles mögliche gebrochen haben. Oh ja, jetzt, jetzt Fast and Furious, Freunde. Ja, man. Die Zombie Edition. I see that now. Come on. Das ist einfach so geil. Was passiert eigentlich, wenn ich warte? Wenn ich jetzt warte, was passiert dann? Oh Gott, ich will nicht warten. Ich glaub, ich sterbe dann. Jetzt bin ich dran, Arsch. Jetzt bin ich dran, Arsch. Für die Familie. Let's go. Oh. Wie viel ist du, die Arsch? Mach schauen. Mach schauen, ob ich heute durch. Mach schauen. Oh. Okay. Mach schneller, Jill. Mach schneller. Der will deinen Poppes. Ich meine, es ist ihm zu verübeln. Seien wir doch jetzt mal ehrlich. Holy shit. Das ist ja... Die Retail-Märin-Luft-Alarm-Fühl-Cobra-Elf. What the fuck? Oh oh. Hey, Arschloch. Entei. Gut. Kannst du mehr Time-Auswalken? Alter, wirf das doch nicht hin. Ich helfe dir. Wer sind sie? Was machen sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bringen wir dich in Sicherheit. Carlos. Ja, es ist Carlos. Ja. Okay. Es ist Carlos. Sieht mir schon aus wie so ein Carlos. Ich mach jetzt ein bisschen rassistisch. Ich glaub, wir sind sicher. Sieht mir schon aus wie so ein Carlos. Hoffentlich. Der wackelt recht viel mit dem Kopf, oder? Ist das so ein Wackeldacke-Verschnitt? Okay. Okay. Ja, ist sicher hier. Ja, komm einfach mit, ja? Oh, ich wacke noch ein bisschen mit meinem Kopf, wenn man meine schöne Haare auch sieht, ja? Oh, geil. Ich muss ein bisschen aufpassen wegen meinem Headset, ja? Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er's kriegt. Gefallen er solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu. Ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehör zum Umbrella Biohazard Countermajusen. Freunde, bitte benehmt euch, ja? Bitte benehmt euch. Ihr dürft euch daten, aber nicht gegenseitig anfahren. Ja, das ist wichtig. Und wenn ihr Kinder bekommen solltet, nennt die bitte alle Chrisley Bear oder Chris. Egal, ob es Männlein oder Weiblein sind, ist egal. Einfach als Hommage an mich. Kommst du mit? Komm, hier geht's lang. Alter, ich steh vor dir und du winkst mich noch ran und hättest mir fast an die Brust gefasst. Vielleicht wollte er das. Vielleicht, vielleicht wollte er das. Ich glaube, er wollte mir einfach an die Brust fassen. Aber auch das, total nachvollziehbar. Freak Cinema. Astro Crunch. Was haben wir denn sonst noch schönes? Skull Stalker. Adrift in Space. Oh, hier auch nochmal. On the Red Planet. Ist das so ein bisschen Terminator-Style? He will find his target. Big E. Die Neuverfügung heutzutage wäre wahrscheinlich Big D. Must read comic books for every kid, kind of fan. Ich wollte gerade sagen, for every kid, aber never mind. Was haben wir hier noch schönes? Hell Squid. Und Tyrant of the Deep. Schon gut gemacht, oder? Schon gut gemacht. Oh, ist das William? Sieht ein bisschen so aus, oder? William Bill Overbeck? Ein bisschen. Oh, Carlos. Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit. Ist ein Mitglied von Stars. Ihr Name ist... It's Britney, bitch. Valentin. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kulonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten. Isoliert. Die meisten der hunderttausend Zivilisten werden wohl tot enden. Äh, Korritur. Untot. Meine Kulonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Okay. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen's nicht allein. Oh, nein. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Danke, Jill. Okay, super Kopf. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, nice. Du brauchst ne Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Kriegen wir hin. Soll das noch was? Gibt's dem jetzt noch irgendwas? Scheiße, Captain. Scheiße, Captain. Oh, boy. Kann ich hier irgendwie noch weitergehen, nö? Kann ich mir einfach seine... Kann ich mir das einfach mitnehmen? Schau mal, gib mir doch einfach deine Waffe. Man kennt das. Wenn man verletzt ist, erstmal so ein bisschen draufsprayen. Irgend so Kühlspray. Und merkt man den Schmerz schon einfach nicht mehr. Okay, wir müssen scheinbar nach oben. Wollte grad noch irgendwas sagen. Genau, ich... Genau. Ja, äh... Normalerweise gibt man einfach nur dem Mädel die Nummer. Ja, oder lässt sich von dem Mädel die Nummer geben. Was macht er? Er gibt ja gleich ein Walkie-Talkie. Ja, das ist doch mal... Das ist doch mal geil, oder? Demnächst einfach so 100 Walkie-Talkies mitnehmen. Natürlich mit 100 verschiedenen Kanälen. Das wäre ein bisschen doof, wenn man alle 100 Mädels auf einem Kanal hätte. Könnte ein bisschen zu doofen Gesprächen kommen. Ja, aber... Wer war was? Ja, was hier? Nimm ein Walkie-Talkie. Ich könnte dir das Leben retten. Maybe. So, Titelseite einer Boulevard-Zeitung. Die Kannibalenmorde. Die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das R-P-D einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldte. Ein als wie ein herumtreiber, zerzauster Mann griff einen Passanten nördlich des Lamp Museum of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden. Was nah legt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich diesen Monat in Raccoon City ereignete. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Wir vom News-Komet haben das nagende Gefühl. Oh, treffende... Oh, sehr gut. Sowas mag ich immer. Treffende Wortwahl. Ja, nagendes Gefühl bei einem Menschenfresser. Sehr gut. Dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelte, sich nicht mit dem Cafeteria-Essen zufrieden geben. Spencer? Spencer? Spencer, Spencer, Spencer. Kennen wir doch von Teil 8, richtig? Also, kennen wir wahrscheinlich schon woanders her. Weil Teil 8 ist, glaube ich, mit der Gründer von Umbrella, der ja irgendwie bei Miranda war. Kurz mal, um den geschichtlichen Zusammenhang zu knüpfen. Ja, ähm, der ja dann die Probe von Miranda bekommen hat und er sagt sogar, anstatt einen Pilz möchte ich dann doch lieber den Virus irgendwie aus Afrika nehmen, der ist irgendwie besser. Ja, irgendwie so was. Unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiltriert, harte Fragen gestellt und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei denen sich einem der Magen umdreht. Erfahren sie alles auf der nächsten Seite, die wir leider nicht sehen können. Naja, it happens. It happens. So, haben wir noch was Schönes? Das finde ich immer sehr, sehr schön, dass man halt die Story so ein bisschen mitbekommt. Oh, guck mal. Wow, hier ist direkt die Ausrüstung, von der er gesprochen hat. Nice. Das hat man mitnehmen, ja. Ja. Mitnehmen. Mitnehmen, sweet. War's das? Nee, stopp. Hier ist noch was. Äh, guck mal. Nutzt das Messer jetzt hier auch ab bei ihr? Rotes Kraut. Können wir direkt mal kombinieren. Wir wissen ja, rotes Objekte kombinieren. Einige Objekte können mit anderen Objekten kombiniert werden, um einen Platz im Inventar frei zu machen oder auch, um neue Objekte zu erschaffen. Verwenden sie dazu den Befehl. Kombinieren. Ja, wir wissen ja, rotes und grünes Kraut ist nochmal ein bisschen krasser, was die Heilwirkung anbelangt. Und zwar, wir werden komplett geheilt. Which is pretty damn good. Which is pretty damn good. Ah, lass mich raten. Ja. War ja irgendwie klar. Den coolen Stuff kriege ich noch nicht. Brauchen wir sonst noch was Schönes? Ich werde mich einfach jetzt hier mit dem Messer durchkloppen. Alles kein Thema. UBCs Kräuterfeldhandbuch. Ne, UBCs Kräuterfeldhandbuch. So. Hier beim UBCs brauchen wir keine Weicheier, die bei jedem kleinen Kratzer zurück zur Basis kriechen. Wenn ihr jemanden wollt, der eure Wewechen wegküsst, versucht es woanders. Auch wegküssen, das wäre schon echt süß, oder? Große Jungs, mischen sich ihre Arznei selbst. Also hämmert euch diese Rezepte in den Schädel. Starke Mixtur. Grünes Kraut zweimal. Ultrastarke Mixtur. Grünes Kraut plus rotes Kraut oder grünes Kraut dreimal. Also, nach dem, was wir jetzt hier schon lesen, können wir eventuell davon ausgehen, rotes Kraut gibt es seltener. Grünes Kraut dann dementsprechend häufiger. Erste Hilfe Spray. Das könnt ihr nicht selbst herstellen. Wenn ihr eins seht, schnappt es euch. Das sollte alles gewesen sein. Jetzt Schluss damit und holen wir uns ein Bier. Oh yes. Oh yes. Und Michael, auch dir nochmal einen wunderschönen guten Morgen und natürlich auch gute Besserung. So, wir speichern direkt mal, ja? Erster Speicherstand, Freunde. Sweet. This is how I like it. So, dann können wir das schon wieder wegpacken. Ich weiß nicht, wobei ich glaube, wir machen uns direkt mal ein bisschen Munition, ja? Fuck it. Fuck it, fuck off. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, aber ein bisschen zu haben, wäre bestimmt mal nicht ganz so verkehrt. Was haben wir hier? Tidebrows Railway. Muss man da mal irgendwas reinpacken. Okay. Ja, viel mehr finden wir glaube ich jetzt aber hier. Erst einmal nicht. Richtig? Nö. Sieht nicht so nah aus. Okay. Wir nehmen wieder das Messer in die Hand. Fängt ja gut an. Hallo. Hallo. Der sieht ja hübsch aus, oder? Okay, jetzt sehen wir nochmals mit dem Ausweichschritt. Der will mich gar nicht, oder? Kann ich hier schon mal gluten? Wenn ich mich langsam bewege, wird er mich nicht sehen. Ich stelle mich einfach tot. Ich stelle mich einfach wie so ein Untoter. Ich humpel jetzt gleich so ein bisschen. Ja, oder gut ist, dass der so blam ausschließt noch. Kann ich hier irgendwie reinnehmen. Wir gehen ja einfach in Slow-Mo. Gehen wir einfach vorwärts. Und mir ist ja nichts zu looten. Oh, hier ist was zu looten. Sehr schön. Ich nehme das. Oh, 15. Das fühlt sich gut an, Freunde. Es fühlt sich... Oh Gott. Hello there. Kann ich hier einfach ausweichen? Ich möchte jetzt, wie gesagt, so wenig Schuss wie möglich möchte ich verbrauchen. Wie gesagt, ich weiß nicht. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit auszuweichen. Aha, bitch. Aha. Oh nein, nein, nein. Okay, das hat schon super funktioniert. Mega Ding. Krass. Awesome. Warum hat sie jetzt das Messer bei ihm nicht reingerammt? Sehst du nochmal auf? Okay, alles gut. Alles cool. Noch leben wir. Noch sind wir noch recht gesund. Alles cool. Das war bloß ein Knutschfleck. Ja, man kennt es. Zu Karneval. Da saugt jeder an jedem. Kind of. Raccoon Toons. Okay, die kommen ja auch nicht rein. Fuck. Guck mal, die kommen nicht hinterher. Ihr Noobs. Ihr Noobs. Oh. Oh. Hallo, there. So. Safety first. Also ein bisschen poken. What do we have here? Schießpulver. Sehr schön. Carlos, ich hab die Hauptstraße erreicht. Wir hin jetzt? Sie ist in großen Stromast. Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von mir. Du meinst, die Gasse, die brennt? Vielleicht. Deine kühle Schönheit wie du, wird auch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Wow. Ja, leckofunny, Freund. Toll. Ich muss hier gucken, wie ich das löschen kann. Wahrscheinlich brauche ich jetzt hier einfach irgendwie so einen Schraubenschlüssel, um das aufzumachen oder so ein Shit, ne? Könnt ihr mir so vorstellen. Na ja. So, und bislang? Ich sag ja, das sind super Zombies, ne? Ich sag ja, als Bauarbeiter musst du nicht viel können. Das geht auch als Zombie. Das geht auch einfach als Zombie, Freunde. I tell you. Und falls ihr sagt so, ey, Mensch, machen wir die Bauarbeiter nicht so nieder? Ich bin gelernter Dachdecker, Freunde. Fuck off. Alter, ich hab doch wieder Ausgeblichen. Ist okay. Dankeschön. Tschüss. Okay. So geht es natürlich auch. Einfach sich von jedem ansnacken lassen. Kriegen wir auch hin. Hey, bleib mal bitte auf deiner Seite. Ey. Alter, wofür sind das hier? Holy Shit. Komm ich da hinten rein? Will ich da überhaupt rein? Ich geh da halt einfach rein. Fuck. Hello there. Oh, die Musik ist auch geil, oder? Oh, oh. Poke. 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 Mal schön in den Schritt poken. Schießpulver. Die Puh nehmen die auch mit. Nimm ich alles mit, Freunde. Alles cool, cool, cool. Aha. Okay, jetzt haben wir hier sonst nichts mehr. I see. Jetzt zu. Oh. Schmuckkästchen. Ein Schmuckkästchen. Objekte untersuchen. Sie können die Objekte im Inventar näher untersuchen, indem sie auswählen und untersuchen wählen. Manchmal entdecken sie dadurch etwas, das ihnen helfen kann. Ich hoffe, dass man ihn irgendwo hineinstecken kann, dass man ihn irgendwo hineinstecken kann. Nein, Jill, nicht was du jetzt denkst. Bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich, Jill. So, kurz mal wieder. Wobei, ich wurde jetzt ein paar Mal angesnackt, ne? Wollten wir ja wieder einen neuen machen. Schönes Gitarrensolo, ja, ne? Hat was. Oh, yeah. Oh, yeah. Jetzt habe ich zweimal grünes Kraut. Warte mal. Okay, jetzt bin ich bei Warnung. Okay, wir snacken schon mal. Wir snacken. Wir snacken. Wir snacken schon mal so ein bisschen vor dem Kraut. Dann verstaue ich das mal. Wobei, wollen wir noch mal Munition machen? Ich glaube, können wir hier auch so 60. Warte mal. Gucken wir mal kurz. Kombinieren. Kombinieren. Sehr schön. Das packe ich auch erst mal rein. So. Jetzt fühle ich mich schon gleich wieder viel besser. Wir sind wieder halbwegs gesund, Freunde. Everything is just fine. I hope. I hope. So, was haben wir hier schönes? Oh, hi. Hello there. Oh, Gott, hier ist ein Mero. Moment. Huuuuhu, bitch. Ich bin, ich bin, ich bin auswiebelchen, Freunde. Ich bin, ja? Warte, fuck off. Ist das was denn noch? Nee. Bist du hinten weiter? La, 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 la. Hier ist zu. Fuck off. Ich gehe hier weiter. Tschüss. Hier nochmal was? Wir müssen schon gründlich sein, Freunde. Und jetzt, hier geht's auch nochmal hoch. Ha, Mensch. So viele Wege. Oh Gott! Wuhu! Bitch! Ich mach natürlich lieber Zombie. So, wir gehen noch ein bisschen shoppen, Freunde. Oh. Hi. Call me. Was steht hier? 937. 937. Das ist doch bestimmt wieder... Oh. Das ist doch bestimmt wieder irgendein Code für irgendeinen... ... oder sowas. Könnt ihr euch das mal merken? 937. Ach stimmt, ja. 9 links, 3 rechts, 7 links. Oh Gott. Lauf doch, Dill. Lauf doch einfach. Könnt ihr das kurz merken, bitte? Por favor? Das wäre supi. Aber ich glaube, an Munition haben wir mehr als genug, oder? Holy shit. Alter! Muss ich das eigentlich gedrückt halten, oder muss ich... Oh Gott. Io! Kommt der Nächste auf mich zu. Geh mal kurz hier hoch. Geh mal kurz hier hoch. Dankeschön. Danke fürs merken. Aber du musst auch die... Ah gut. Kannst einfach nur davor ausprobieren. Ob es rechts oder links ist, oder sowas. Ich bin hier irgendwie komplett falsch. Ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Aber wir haben... Ey, wir haben jetzt ultra viel Munition, ne? Holy shit. Ey, ich bin super sparsam. Ich glaube, ich bin zu sparsam. Holy shit. Ja, ich bin super sparsam. Ist okay. Also, Freunde, der stand aber auch direkt davor, ja? Da konntest du jetzt per se einfach nichts machen. Ich meine, ne? Was hätte ich da jetzt machen sollen? Genau. Tagebuch des... Was? Drogeriebesitzers. Okay, I see. 24. August. Dieses neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Das Zeug von denen wirkt immer Wunder. Überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet und eine riesige Ladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sicher, die Verkäufe werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Allerdings machen mir diese Gewaltausbrüche Sorgen, die man in den Nachrichten sieht. Vielleicht sollte ich in einem guten Safe für das ganze Geld investieren, das ich verdiene. Ach, vielleicht können wir den aufmachen. Mal gucken. Mal gucken. War es gerade die Drogerie, wo wir drin waren? Könnte möglich sein, oder? Could be possible. 2. September. Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination, noch nicht einmal meine Frau. Sehr gut. Ist da ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aquacure Königin? Ich glaube, es war die, die wir auf dem Poster gesehen haben. Und sie würde sie nie einem Dieb verraten. Probably not. Oh. Warte mal, ich muss kurz mal... Du musst hier kombinieren wieder. Ich bin so heftig. Aber ich glaube, ich snack hier nochmal. Sehr schön. Wir sind wieder gesund, Freunde. Alles ist cool. Wollen wir den mal kurz platt machen? Ähm. Hier fehlt aber noch. Upsi. Upsi. Upsidoodles. So, wo hast du da... Ah, hier. So, jetzt nochmal ganz kurz. 937 war das, ne? Wahrscheinlich dann zuerst da. Oh. Ne. So. 9. 3. Okay, das war schonmal falsch. 9 links. Okay. Die Frage, war es jetzt falsch? Warte mal. 9 links. Fuck. Jetzt bin ich eines zu weit. Wollen wir nochmal abbrechen. Äh. So. Dann 3 rechts. Dann 3 rechts. Und dann noch. Und dann noch 7 links. Ich glaube, du musst das gedrückt halten. What the f... Nicht doof. Passt du es nochmal in eine Richtung. So, warte mal. 9. Wobei, das war glaube ich... Warte mal, stopp. 9. 3. Ah. Okay. So. Sehr klar. Klappt. Klappt. Sehr schön. What do we have here? Leuchtpunkt-Visier. Pistole. Also wir können jetzt ein bisschen pimpeln, Freunde. Let's pimp it. Oh yeah. That's cool. Was bringt das genau? Mal gucken. Mal schauen. Fügt ein Visieren zu. Wow. Okay. Wow. Jetzt haben wir... Aber ich glaube, es geht auch schneller zusammen, oder? Ich glaube, es geht auch schneller zusammen. Immer diese Freunde des gepflegten Zungenkusses. Yes! Ist das nicht geil? Ist das nicht... Ist das nicht hammermäßig? Was können wir hier noch schönes machen? Hello? Ich glaube, wir werden jetzt aber gleich ein paar Zombies oder irgendwas abballern. Mal... Okay, da vorne sind noch ein paar. Hör hier. Ah. Ich hör das hier schmatzen, wollte ich grad sagen. Aber... Ja. Zurecht. Zurecht. Fuck, jetzt hab ich natürlich die... Na egal. Grünes Kraut werden wir wohl noch finden, Freunde. I'm pretty... Damn... Sure. Ach, du willst nur snacken. Ja, das ist ja vollkommen... Ach, der hat noch was. Moment! Der hat was. Ich muss da... Ach, Schießpulver. Okay. Aber dann war's ja worth it. Ist hinten noch was? Moment. Wir tanzen kurz. Come on, let's dance. Okay, dann halt nicht. Ist okay. Bleib halt einfach da. Ähm... Deutsch gelernt bei Yoda ich habe? Siehste. Sehr gut. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wir sind schon mal falsch gelaufen. Das heißt, da müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht rein. In Moons... Moons Donut. Ein bisschen scheinbar dann rechts oder so. Oh. Oh. Alter. Ist okay. Hey, ist okay. Es ist alles super. Also, Freunde... Ja, falls ihr euch denkt, das wäre jetzt hier irgendwie so... Ein Dating-Sim-Spiel. Ja, wo wir alle hier so ein bisschen knutschen und so. Nein, ist es nicht tatsächlich. Hä? Moment. Hä? Sind wir doch schon hier lang gelaufen? Sind wir doch schon... Okay. Also, kommen wir... Kommen wir quasi... Ne, dann bin ich hier falsch gelaufen, glaube ich. Wobei, da haben wir die Pharmacy. Da sieht der Riemen. Ne, sind wir wirklich in einem Donutladen drin gewesen? Wir waren auch... Waren wir da drinnen? Wo waren wir denn jetzt drinnen? Halt mich vorbei, Junge! War ich jetzt hier schon drinnen? Ist das gut aus? Ist das immer hier richtig? War ich hier schon? Laufen wir jetzt einfach mal hier weiter. Oh Gott, hi! Upsi! Ich muss jetzt ein bisschen ballern, Freunde. Das ist mal... Ein Löschschlauch. Freunde, ein Löschschlauch. Ein riesen fetter, heftiger Löschschlauch. Und sie hat keinen Rucksack oder sonstiges dabei. Wo wird sie sich den jetzt wohl hinstecken? Nirgendwo hin, weil ich keinen Platz habe. Okay, ne, wer meint. Das wollte ich bloß wissen. Ähm... Ja, äh... Muss ich kurz mal kombinieren. Alter, das ist... Das ist ein bisschen... Ach! Flinten-Munition! Jetzt. Jetzt, Freunde. Now. Now we do it. Now we do it. Ja, also... An einen Hydrant angeschlossen lassen sich damit selbst größere Feuer löschen. Sehr schön. Sehr schön! Ich glaube, wir haben gut gemacht. Ich glaube, wir haben gut gemacht. Ich hoffe, ich bete, dass wir es alle heil überstehen. Wo? Ah! Shit! Fuck! Mh! Also müssen wir da gleich definitiv nochmal hin. Es nützt einfach alles nichts. Also hier wissen wir schon mal. U-Bahn. U-Bahn ist Flinte. U-Bahn ist Flinte. So, jetzt haben wir aber... Kann ich hier nochmal durch? Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Ah, das ist cool. Ach, das ist cool. Cool, cool, cool. Hm. Keine Reaktion. Tja, was zu befreit. Ähm... Kite Brothers, Eisenbahnleitfahrten. Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebs. Im Falle eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen. Sobald die Strom zuvor wiederhergestellt wurde, müssen am Stellwerk die zu passierenden Stationen sowie die zu befahrenen Gleise neu eingestellt werden. Wenn das System eine Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Na gut. Ach, hier sind so viele Sachen, ich kann es alle nicht mitnehmen. I just can't. Dammit. Cooles Spiel, das ist Resident Evil 3. Resident Evil 3. So, jetzt muss ich nochmal zurück, ne? Oh boy. Also wir müssen das dringend merken. Wenn wir jetzt gleich irgendwo einen Bolzenschneider finden, ja? Dann wird es da befreit. Ich muss erstmal wieder zurück. Aha! Das war... Geniale Ausgebildchen. Kommt hier lang, oder? Yes. Oder? Kommt hier lang? Okay. Uh, das war godlike! Oh oh, jetzt wird es ein bisschen doof. Oh oh, oh oh. Oh oh. Uhuhuhuhuhu! Bitches! Sorry, was? Oh, das war gut. Das war... Uh, war das gut! Mmh! Holy, war das gut! So, komm, jetzt... Wichtige Objekte verwenden! Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie Mimitar benutzen! Benutzen! Oh yeah! Der große Schlaf! Ich möchte trinken, jetzt möchte ich! Sehr schön! Sehr gut! Ich denke, wir haben heute einen ziemlich guten Job gemacht! Also, ich weiß immer noch nicht, wo sie den Schlauch jetzt... Zwischen geparkt hat, ja? Überlasse ich jetzt mal einfach eurer Fantasie! Du musst mich f***ing schuldigen! Du musst mich f***ing schuldigen! Du musst mich f***ing schuldigen, oder? Du musst mich f***ing schuldigen, oder? Du musst mich f***ing schuldigen, oder? Holy shit! Jetzt muss ich gleich dringend nochmal zurück, Freunde! Wobei, reinzusch, kann ich das... Das verstaue ich schonmal... Kombinieren... Verstauen... Ich verstaue es auch mal ganz kurz... Äh... Rausnehmen... Rausnehmen... Kombinieren... Ja, sorry, Freunde! Das kann du erst mal häufiger vorkommen! Ja, das ist f***ing Resident Evil! Wir müssen das machen! Wird gespeichert! Nice! Kann ich jetzt hier noch was? Ist jemand hier drin? Was ne schwere Geburt, ja! Freunde! Ein bisschen Anstrengung muss es ja auch sein! Setzt mich mich zum Trinken zu bewegen! Ich bitte euch! Ich bitte euch! Bist du UBCS? Ja, Vorsicht, Vorsicht! Ist auch ne Mitzel! Komm, schau mich nicht so an! Ich bin nicht infiziert! Ich meine, nein! Nein, nein, nein! Bitte! Öp! Er war infiziert! Vielleicht war er infiziert! Er war infiziert! Ihr Stars seid zimperlich! Darum sind so viele von euch tot! Und was bist du? UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Hm... Er hätte sich verwandelt! Wo ist dein Überlebensinstinkt? Wo ist dein Überlebensinstinkt? Hm... Geh zurück zur U-Bahn-Station! Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert! Wow! Das ist doch schon ein bisschen fies, oder? Hat der noch ein bisschen was zum Looten? Pfff! Trainingsprotokoll! 10. Juli! 91,5 Kilogramm! 12 Runden im Hof! Zweimal Zirkeltraining! Leg mich am Arsch! Gefängnis! Die Umbrella Corporation hat mich gerade für einen Job angeheuert! Für einen Job! Keine Ahnung! Wie die meine lebenslange Strafe für den Mord an 20 Gangmitgliedern auslöschen werden! Aber ist mir auch egal! Ich nehme was ich kriegen kann! Allemal besser als den Rest meiner Tage hinter Gitter zu verkacken! Zu verkacken! Da steht echt zu verkacken! Ich muss wieder in Form kommen! 26. Juli! 89,1 Kilo! 20 Kilometer gelaufen! 3x Zirkeltraining! Schießübung auf 400 Yard! 5x daneben geschossen! Bin gestern entlassen worden! Und zu einem Trainingscamp des UBCS gebracht worden! Wo ich meine erste Kugel seit 2 Jahren abgefeuert habe! Hab ein stehendes Ziel auf diese Entfernung um 5 Zoll verfehlt! Das passiert mir doch nie! Ist als ob ich alles vergessen habe! Aber egal! Ich werde schon wieder! Pass nur auf! Ist das der Typ der gerade liegt? 15. August! 86,2 Kilogramm! 30 Kilogramm! Öh 30 Kilometer! 30 Kilometer gelaufen! 3x Zirkeltraining! Schießübung auf 600 Yard! 2x daneben geschossen! Er wird besser! Okay! Ich habe meine Zielgenauigkeit auf 3 Zoll runter bekommen! Fühlt sich verdammt gut an! Nach dem Mittag habe ich mein erstes Übungsgefecht! Der Käpt'n und die anderen sind gute Jungs! Aber dieser Nikolai ist ein verdammter Psychopath! Er hat mich als menschliches Schild benutzt! Nur um ein paar extra Punkte einzustreichen! 25. September! 82 Kilo! 30 Kilometer gelaufen! 4x Zirkeltraining! Schießübung auf 600 Yard! Immer ins Schwarze! Murphy ist zurück Leute! Ich werde mich nie mehr ein... Ihr werdet mich nie mehr ein Ziel verfehlen sehen! Morgen geht meine erste Mission los! Straßengewalt in Raccoon City eindämmen! Ich glaube Jimmy hätte das gefallen! Mein Bruder war immer der Erste der Leuten geholfen hat! Bis ihn mir diese Straßenroadies weggenommen haben! Ach deswegen hat er die umgebracht! Na gut! Jetzt bin ich dran! Etwas Gutes zu tun! Auf die einzige Weise die ich kenne! Naja! Jetzt nicht mehr! So! Wo geht's denn hier oben weiter? Ernst Theorie prüfen! Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg! Ganz, ganz viel Erfolg! Hier so eine Seitengasse, ne? Oh, hello! Alter, so heftig viel Munition! Letzter Eintrag eines UBCS Soldaten! 28. September! Der mittlere Osten! Osteuropa! Ostafrika! Ich habe gedacht, ich weiß, wie die Hölle aussieht! Ich dachte, ich kann alles aushalten! Egal was kommt! Aber dieser Job, der sollte eigentlich leicht sein! Schnelles Geld, das hatte ich mir verdient! Es ist alles auf einmal passiert! Unser Trupp war 30 Mann stark! Alle mit den neuesten Sturmgewehren ausgerüstet! Und doch wurden wir in weniger als 48 Stunden ausgeschaltet! Ich habe genug Scheiße gesehen, um zu wissen, dass es immer noch schlimmer kommt! Und das war erster Anfang! Vielleicht bin ich ein Feigling! Es ist mir egal! Dies ist der einzige Ausweg, der mir noch bleibt! Ich hoffe nur, dass mein Körper nicht wieder aufsteht, nachdem ich den Abzug gedrückt habe! Ab! Holy Shit! Freunde! Holy Guacafacamole! Establish right! Es kann immer schlimmer kommen! Ja, das kann es! Was hier noch schön ist? Notiz eines Elektrikers! Generatoren für die freie Nutzung! Bereitgestellt von der Raccoon City Elektriker-Gilde! Aufgrund der andauernden Stromausfälle hat sich die Gilde entschieden, Stromerzeuger-Aggregate an verschiedenen Stellen in der Stadt bereitzustellen! Jedem steht es frei, sie zu nutzen! Beachten Sie allerdings, dass die Generatoren mit hoher Spannung arbeiten! Wenn diese Geräte stößen oder gar Schüssen ausgesetzt werden, könnten umstehende Personen einen Elektroschock versetzt werden! Das ist interessant zu wissen! Handschriftliche Notiz, äh Zusatz! Alles kapiert! Wenn ihr einen Generator seht, der Funken sprüht, kommt ihm nicht näher! Macht keine Dummheiten! Sicherheit geht vor, wie man sagt! Wenn wir diesen Mist hinter uns haben, habe ich garantiert eine Menge von kaputten Generatoren im Angebot! und euer Elektriker in der Nachbarschaft, Sam! Stable Shrides! Hier komme ich wahrscheinlich nicht weiter! Gehen wir mal hier! Aha! Oh yeah! Oh! Oh oh! Schießt der in den Po! Ich sollte vielleicht echt mal irgendwie treffen! Dankeschön! Ui, 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 ui! Ja, guck mal, haben wir direkt schon einen gefunden! Der ist jetzt kaputt, glaube ich! Was macht ihr so hier? Ihr chillt hier so ein bisschen? Läuft bei euch! Läuft bei euch, sag ich! Achso, ich soll vielleicht mal wieder häufiger auf die Karte gucken, ne? Die Karte benutzen! Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen! Er zeigt auch interessante Details sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben! Ja, that's pretty interesting! Aber hier müsst ihr eigentlich schon als Tier sein! I hope! I hope at least! Also hier kommen wir schon mal weiter! Oder? Ne, hier könntest du wieder was... Oh! Äh! Das freu dich nicht! So! Hier könntest du wieder was geben! Something! Something? Ah, hier! Tja! Teespulver! Okay, ein Slot haben wir noch! Ich hoffe wir finden hier auch wieder diese Gürteltaschen gedöhnt! Okay, jetzt wieder clear! Diese Gürteltaschen, dass wir effektiv auch mal ein bisschen mehr tragen können! Wurde schon wieder gespeichert! Das heißt irgendwas kommt hier gleich! Oder? Oh boy, hier sind mehrere! Ich glaube ich schalte hier doch mal gut aus! Ah, Freunde! Ich glaube, ganz so krass... Ganz so krass... Oh! Ganz so krass müssen wir, glaube ich, gar nicht sparen! Hab ich das Gefühl! Ganz so krass müssen wir gar nicht sparen! Ich gehe jetzt nochmal auf oder eigentlich so? Nebelied ab! Yo! Alter, wohnt! Oh oh! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal benutzen! Wutz jo! Wutz! Excuse me! Dankeschön! Holy shit! Ihr kleinen... Ihr kleinen... Filus! Die Nachbarkatzen freut's! Always! Haben wir jetzt hier alles? Ne, irgendwas müsste hier noch sein! Aber vielleicht auch noch oben, ne? Jetzt sind wir da hinten ab, wenn wir noch was nicht aufgemacht! Müssen wir dann vielleicht auch nochmal hier lang! Oh, das ist... Belastend, Freunde! Belastend! Hier nochmal ein Kräuterle! Wer hat HC... Okay, nevermind! Hab ich jetzt hier alles? Ne, immer noch nicht, okay! Oh, nice! Ich nehme das! Oh, ja! Das ist gut! Das ist sehr gut, Leute! So gut! Damn, damn! So gut! Lass mal weg damit! Das packe ich auch nochmal rein! Hier können wir nochmal einmal auffüllen wieder! Pack ich auch nochmal rein! So, jetzt mal wieder ein bisschen Platz! Speed! Wir speichern nochmal! Wir wissen einfach nicht, dass Nein auch wirklich Nein heißt! Ja, ich wollte grad sagen! Also das ist... Das ist absolutes No-Go ist das, ne? Das geht ja mal gar nicht klar! Fax vom Leiter des Unterwerks an alle Mitarbeiter! Als Reaktion auf die gewaltsamen Ausbrüche in der ganzen Stadt haben wir einen geplanten Stromausfall eingeleitet! Sobald die Situation unter Kontrolle gebracht wurde, reaktivieren Sie bitte so schnell wie möglich die vier Trennschalter! Sobald dies erledigt ist, schalten Sie den Hauptschalter in der Schaltzentrale ein, um das Stromnetz wieder zu aktivieren! Das müssen wir jetzt wahrscheinlich gleich machen! Gag stark von der Ausfahrt! Haben wir jetzt hier alles? Das sieht schon wieder schmuckmäßig aus hier, Freunde! Habe ich... Habe ich... Ich habe jetzt gar nichts zu wollen, ne? Könnte nicht doof kommen! Sieht schon ein bisschen wieder schmuckig aus, Freunde, ne? Kennt ihr schmuckig? Grüne Kräuter! Sie wirken! Ich habe angefangen zu glauben, Chat würde nie von seiner Runde zurückkommen! Also habe ich meinen Kopf da reingesteckt und verdammte Scheiße! Das nächste, was ich weiß, ist, dass irgendwelche Maden meinen Hals runterrutschten! Es ist ekelhaft! Ich habe gewirkt wie Blöde, aber das hat die kleinen Viecher kaum gestört! Sie sind einfach nicht hochgekommen! Ich bin herumgetorkelt wie ein Irrer! Und dann habe ich es gesehen! Ein grünes Kraut! Meine Oma hat mir mal erzählt, dass grüne Kräuter eine natürliche... Natürliche Insektenschutz sind! Also habe ich eins gegriffen, mir in den Rachen geschoben und runtergeschluckt! Und wer sagt's denn? Die kleinen Viecher wollen nicht mehr in mir drin sein! Ich war noch nie so froh, mich übergeben zu können! Ekelhaft! Aber gut! Ich werde nochmal da rausgehen, um nach Chat zu suchen! Falls jemand das hier liest, denkt dran, esst euer Grünzeug! Sehr gut! Haben wir auch wieder was zum Heilen! Zwar nur ein bisschen, aber was willst du machen? Oh boy! Steht der wieder auf? Ist auf jeden Fall wieder so ein Kästchen! Ich glaube, der steht nicht auf, oder? Was mir noch schön ist? Nehmen wir das nicht mehr mit, Freunde! Ja! Let's go! Click first! Noch ein bisschen Muni! Wow! Wir haben ja, Gott sei Dank, genug Platz! Wobei, ich will mich nicht beschweren, Freunde! Ich will mich jetzt einfach nicht beschweren! Das ist Chat? Chat, ist das du? Chatulle! Oh mein Gott! Okay! dietrich ein spezialwerkzeug das ist dem nutzer erlaubt einfach schlösser ohne ein schlüssel zu öffnen ist das so wie bei resident evil 8 und 7 das immer kaputt gehen oder haben wir dauerhaft wir haben schon eins das wäre auch hierfür nutzen müssen sweet 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 nee wir haben es aber noch also gilt scheint ein bisschen besser damit umgehen zu können